Anni Anni Toll Nur wegen der Gangster-Mucke Wiii So, willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas auf meinem Kanal, denn Wir haben letztens ja dieses 500-Abo-Special hochgeladen mit den Bierdosen 500 Dosen Bier zur 500. Folge Nee, so 500 Abonnenten, wie auch immer 500 Jahre auf die Dicken und so weiter Und wir hatten ja da ein kleines Gewinnspiel Wir wollten diese Grillschürzen, die wir vom Edeka gesponsert bekommen haben, dann verlosen an die Leute, die unter das Video geschrieben haben auf die Dicken Da wollen wir nochmal kurz reinschauen und uns dann natürlich die Kommentare angucken Und der ist wo? Sitzt hier im Hintergrund Ja, hallo Ist wo? Und der schreibt jetzt mal den Namen auf von den Leuten, die bei der Auslosung teilnehmen Die, die einen normalen Kommentar gemacht haben Eben nicht, aber wenn da auf die Dicken dabei steht oder nur auf die Dicken kommen die dann in die Lostrommel und dann werden wir sechs Leute raussuchen Und die haben dann also die Schürze gewonnen Da muss ich mal gucken, entweder am besten wäre es die Leute, die gewonnen haben und die das sehen tun das mal Schreibt mir einfach mal bei Facebook Der Link steht ja unten in der Beschreibung Ansonsten versuche ich euch irgendwie über YouTube über eine Privatnachricht zu kontaktieren Aber da gucke ich so gut wie nie rein und vergesse immer, dass man bei YouTube überhaupt Privatnachrichten schreiben kann Aber irgendwie kriegen wir das sicherlich hin Dann hoffe ich, dass jeder an seine Grillschirze kommt Jetzt gucken wir nochmal kurz hier in die Aufnahme rein In das Video Das Ende nochmal an Da sage ich das nochmal kurz Tunke mich nochmal ein Und dann kommen die Kommentare Wie gesagt, wenn ihr eins von den Grillschützen gewinnen wollt Schreibt es in die Kommentare Auf die Dicken Und dann gucken wir mal Vielleicht können wir das irgendwie verlosen Auf Platz nach hinten Ich schnee mich mal kurz hin Der Hoden friert hier Ich sage nichts Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out, Vorhaut Euer Mamses Ich merke schon einmal in der Stimme Wenn man sich jeden Tag in das Wasser reintunkt Gerade wenn das Wasser eisig kalt ist irgendwann Ist es zu viel Dann ist man da kälte Dann hängt man nur noch rum So, das war nur ein kleiner Ausschnitt nochmal von dem Video Wer es nicht gesehen hat Kann sich das gerne nochmal anschauen Pool Party 500 Bier Dosen 500 Dosen 5.0 Original zum Geburtstag Das 500 Abo Special Und ihr seht hier unten 596 Abonnenten Man kann also gleich schon das 600 Abo Special raushauen Und da haben wir uns wieder was richtig Fettes einfallen lassen Das wird zwar keiner verstehen Aber ist trotzdem richtig Fett Jetzt scrollen wir mal hier runter In den Kommentarbereich Und gehen mal die Kommentare durch Warte, warte, stopp Habe ich da vorhin nicht 5000 gelesen Ach und auf die Dicken schreibt der Tim Johannes Das ist der erste Name Das ist der erste Name Den der ist wo auf schreibt Tim Johannes Dann haben wir Was haben wir noch Auf die Dicken Kevin aus Hibu Grüßt euch Das ist der Kevin T800 Den schreibt der ist wo auch auf Dann haben wir Auf die Dicken Happy Birthday Schmaler Zum Geburtstag gibt es ein paar Eierwärmer Von Lise Lotte Das schreibt der ist wo auch auf Lise Lotte Die Antworten dazu gucke ich mir jetzt nicht an Denn wenn da noch einer in den Antworten noch was geschrieben hat Dann sollte man einfach einen extra Kommentar machen So weit guckt ja da keiner rein Dann haben wir Auf die Dicken Vom Fabian Bayer Den schreiben wir auch auf Fabian Bayer ist auch dabei Hahaha Nice Schreibt der Henry Official Der ist aber nicht dabei Dann Auf die Dicken Mit nem Cowboy Mit nem Gangster Mit nem Bier Vom Stefan Landei Den schreibt der ist wo wieder auf Stefan Landei Dann haben wir Auf die Dicken Vom Ericsson HD Oder Ariksson Damit der ist wo das auch schreiben kann Denn den schreibt er auch auf Ariksson HD Auf die Dicken Bis der Beste Schreibt Der Lebkuchenmann Den schreibt der ist wo auch auf Der Lebkuchenmann Ihr habt echt kranke Sachen vorgehabt Aber finde ich geil Boah Den kann man mal stehen lassen Echt krasse Aktion Sehen wir hier Kommen auch nicht mit rein Saufen morgens Mittags Abends Dann hier Verliebte Smileys Vom Bisa Fan Kommen auch nicht mit rein Alles Gute Ramses Dann als nächstes wieder Auf die Dicken Vom Romantik Den nehmen wir mit rein Der hat's geschrieben Der ist dabei Dann wieder Auf die Dicken Vom Z-Knock-Ferret Den nimmt der ist wo auch mit rein Wir sind nämlich nicht hier wie bei anderen Firmen die sagen Mitarbeiter und sonst was Auf die Dicken Auf die Dicken Der kommt auch mit rein Das reibt sich sogar Wunderbar Das dürft ihr ja noch halten bis ich mal wieder da bin Leider nicht Aber der ist ja oben schon drin Alles Gute Danke dafür Dann hier nochmal Auf die Dicken Nerds of Bavaria Kommt auch mit rein Nerds of Bavaria Hat auch auf die Dicken geschrieben Dann haben wir hier Auf die Dicken Vom Flexi Den nehmen wir mit rein Flicke die Flexi Dann nochmal Saufen Aber hier jetzt kommt er Der hat nämlich oben schon 10 Kommentare geschrieben Auf die Dicken Vom Barbaren Tobi Der kommt auch mit rein Der Barbaren Tobi Vor 4 Tagen Wunderbar Dann haben wir noch Auf die Dicken Von Promotion Beat Clubbing Kommt auch mit rein Promotion Beat Clubbing Auf die Dicken Wunderbar Hier haben wir noch Alles Gute Hier haben wir nochmal Auf die Dicken Von der Hammet Jetzt hat er es Genau Der Hammet Kommt auch mit rein Das ist ja cool Dann nochmal Auf die Dicken Sogar mit Kusssmiley Bolle mit nem Bart Der kommt auch mit rein Kann der Isfa auch aufschreiben Bolle mit nem Bart Bolle mit nem Bart Dann nochmal Auf die Dicken Vom Florian Lang Den schreibt er auch mit auf Auf die Dicken Florian Lang Auf die Dicken Auf die Dicken Auf die Dicken Auf die Dicken Was entscheidest du Wir sind ja Er hat wenigstens es versucht Nehmen wir mit rein Nino Möller Nehmen wir auch mit rein Auch sie mit den Dicken Und Gebrüll Alles dabei Gut Jetzt fängt es aber an Der Traktor Welt hat es auch versucht Der hat nämlich einfach nur geschrieben Au Au Und der Rest fehlt Also F die Dicken fehlt nämlich Und da steht nur Au Der hat es aber auch versucht Nein Den nehmen wir nicht mit rein Das Vielleicht Vielleicht hat er sich auch grad irgendwo am Schrank gestoßen Oder ist gegen eine Wand gelaufen Und er ging so Au Und dann ist er auch noch auf die Tastatur gekommen Den lassen wir draußen Aber den Nino haben wir noch mit rein Weil wir so kulant sind Kulant wie Sau Jetzt weiß ich nicht wie viel er da hat Das gucken wir uns gleich mal an Suchen uns eine Lostrommel Schmeißen alles da rein Dann wird ausgelost Sechs Stück Wärm gezogen Und dann wisst ihr wer das alles bekommt Jo So Und dann haben wir natürlich was ganz besonderes jetzt gemacht Wir haben uns mal den Konze einmal geholt Vom Isro Er ist eigentlich nicht bei mir im Schlafzimmer Aber weil der Nachtzimmer bricht Haben wir den einfach ins Wohnzimmer gestellt Damit er den Frühzimmer befüllen kann Mit Flüssigkeiten Kann man Spiegelei draus machen Ne Rührei oder irgendwas Und wir werden jetzt Um das Video nochmal extra in die Länge zu strecken Die Zettel kurz zeigen Und live hier rein tun Und dann direkt in einem Take auslosen Damit ihr auch seht Die Jungs strecken die Videos in die Länge Um Werbung zu schalten Nein Die Jungs Die Die verarschen hier niemanden Alle die aufgeschrieben wurden Sind wirklich hier drin Und das machen wir jetzt Hier So Jetzt Da ist schon mal der Tim Johannes So Er kommt hier rein Ich hab gar nicht gelesen Kevin T800 Genau Lise Lotte Kommt als Nächste Kommt als Nächste Und das sieht man auch Fabian Bayer Der Dicke Steht raus Stefan Landei Um Rein damit Arix 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 Der Lebkuchenmann Baldes Weihnachten Kommt mir vor Wie beim NHR Romantik Ja Wo wir grad beim NHR sind Romantik Wieder mal in der Auslosung Angelika Schneeberger Boom Grishan M Wofür steht das denn? Oh Z-Knock Ferdel Knock Ferdel Genau Z-Knock Ferdel Bester Mann Crazy Oh Schon wieder NHR-Fahrung Romantik gegen Crazy Oh Da haben wir die ersten 2 Teilnehmer Envil Studio Jena Schon wieder NHR-Battle Was geht da? Shamoon Envil gegen Shamoon Die nächste Fahrung ist da Richtig genial Prime Na gut Envil gegen Prime Shamoon hat damit nichts zu tun Nerds of Bavaria Auch dabei Wunderbar Flexi Flickety Flexi Ist das Flexis Oder ist das Flexmann Und Der Barbaren Tobi Grüße gehen raus Da sind wir auch schon bald beste Freunde Promotion Beat Clubbing Jo Der Hamid Der Emmet Auch dabei Auch dabei Und rein in den Kopf Wolle mit Nembart Wolle mit Nembart Auch dabei Der heißt aber Nemb und nicht Nemb Deswegen Florian Lang Lang Ist auch dabei Solang wie das Video Ich sage es euch Splatter One Auch dabei Auch Reiner In den Kotze Kübel Und zum Schluss Nino Möller Der hat es versucht Ja Auf sie Dicken Auf sie Dicken Der kommt auch hier rein Der Ramses Der füllt das jetzt mal rum Der ist wo Zieht an den ersten Weil der Ramses hat ja zuletzt die Hand dran gehabt So Bitte schön Gleich fällt alles raus So Achtung die Spannung steigt Und der erste Gewinner ist Wie er denn? Promotion Beat Clubbing Promotion Beat Clubbing Da haben wir hier den zweiten und der zweite ist Splatter One Und So weiter geht's Achtung wir rein Und Barbaren Tobi Da freut er sich bestimmt Und der vierte ist Enville Studio Jena Zwei Stück haben wir noch Jeder darf noch einmal rein Und der nechste ist Und der nechste ist Crazy O Oh Crazy O und Enville Die haben sie hier wieder rein geschlitten Und der allerletzte Er ist richtig verknittert Und das ist Der Fabian Bayer Wuuu Der wurde ja gleich um die Ecke Du musst es gar nicht wegschicken Das waren also die sechs Leute Wenn ihr das jetzt gesehen habt Fabian Bayer Crazy O Enville Barbaren Tobi Splatter One Promotion Beat Clubbing Dann Schreibt es mich an Auf Facebook Oder ich versuche euch zu erreichen Die die ich kenne Die kann ich so erreichen Die anderen gucke ich mal Ob ich über YouTube da was erreiche Und War doch eine coole Aktion Und wenn ihr eure Schürzen habt Könnt ihr mir ja mal ein Bild zukommen lassen Kann ich das beweisen Dass ich das auch wirklich gemacht habe Oder so Das war's aber von unserer Seite aus Danke für die 500 Abos Danke für die bald 600 Abos Und dann kommt wieder was richtig Fettes auf euch zu Seid schon mal gespannt Das war's von unserer Seite aus Wir sehen uns beim nächsten Mal Bis dahin Peace out Vorhaut Euer Ramses Bis dahin